hallo und herzlich willkommen ich bin jetzt in deutschland und ich bleibe jetzt bei einem wie sagt man ein ferienhaus ich habe viele 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 freunde und familie hier in deutschland und das ist mein zimmer wo ich arbeite jetzt in den deutschen es heißt doch geschloss denke ich mir wenn das die wände sind so nicht so die sind so aber jetzt ist es sehr schön hier ist es ist es ist so komisch wenn ich in deutschland bin fühle ich mich auch ich bin in ein anderer wird alles gut anderes alles geschmeckt ist ganz anderes und es ist ein sehr besonderes gefühl wenn ich in deutschland bin was ich dann meistens mache ich zeig euch jetzt jetzt was es ist butter pretzel butter und pretzelbrot das mag ich sehr und das geschmeckt so gut ich liebe es das macht man dick auch wenn man so viel ist ja aber ich muss aufpassen dass ich nicht so viele essen das ist schade das tut so weh das tut so weh aber ich versuche mal etwas heute zu machen auf deutsch es gibt viel über was ich sprechen kann aber es ist nicht so viel zeit in der tage weil ich will immer schlafen bis um elf uhr oder zwölf uhr aber das ist zu spät das ist zu spät und dann kann ich nicht alles machen was ich will aber okay ich möchte nur hallo sagen und irgendwann spreche ich über diese neue nachrichten in mitte mega markle und andere royale familie und das ist ein bisschen schade aber ich kann nicht nach der uk gehen nein ich sag es euch später warum nicht aber es gibt etwas dass ich mache später das ist sehr gut und dann mag ich das wenn ich nach der uk gehen aber dieses urlaub kann ich das nicht machen schade es tut mir echt leid also bis später okay tschüss tschüss